hey leute willkommen zum halo let's play aktuell spielen wir halo auf meinem twitch kanal mitspielen alle streams werden in nächster zeit als let's play kommen aber falls ihr nichts verpassen wollt schaut doch mal gerne auf twitch vorbei und lasst einen follow da kann man wer ent verloren und wieder verloren ich möchte sehen ob das ding klappt das funktioniert nicht abgemacht können wir aber so wollen jetzt wissen wir wer der verräter ist deswegen bin ich ja so ruhig im team oder lehrung welches leben wir haben noch nicht weil sie was geklückt habe ich hab gerade irgendwo drauf gedruckt okay jawoll alexander mit was essen mit frekasse ja fast das schützt die man ja ich kenne nur hey wir spielen drei wir spielen die erste mission und wir spielen auf an schwierigkeitsgrad schwerer als normal also die erste mission die spielt jeder separat glaube für sich erst wenn man dann quasi droppen aus dem schiff dann ja du wirst du vielleicht sehen ich weiß wo du deinen internationalen stream hattest ja mein internationalen stream also was macht die leiter da unten die ist so dumm die leiter da unten gerade gewesen kliff ist nur im kopf also ich fand die gar nicht so schön das sound ist richtig mal kurz ruhig macht doch gar keinen sinn ruhig Ich höre gerade nichts. Alle Grußchiffen pro Gruppe aus. In 90 Sekunden sind sie hier. Ja, na dann. Geben sie Gefechtsverlangen Alpha aus. Alle Mann auf ihre Stationen. Alle Schiffen? Alle. Und Kortaner. Hm? Empfangen wir sie recht herzlich. Ich habe schon angefangen. Oha. Das ist die, die wir gerettet haben, Simon. Mhm. Ja, dass du bescheuert hast. Mhm. Wer ist da? Wir haben einfach Kortaner gerettet. Windows-Assistent. Wir haben den Windows-Assistenten gerettet. Selbst in-game ist es da. Warum habt ihr euch eine Erdeinziehung geschraubt auf dem Raumschiff? Ich verstehe das nicht. Schwerkraftgenerator. Und sind das? Na. Können wir noch einen Panzer nehmen? Oh man, bitte. Bitte zwei Panzer. Mann. Der bretet da einfach. Der direkt am Mg im Spiel. Geht? Du musst gleich erstmal Sound lauter machen. Ich wiederhole. Dies ist keine Übung. Dies ist eine Übung. Ich wiederhole. Misch, kannst du hier im Stream muten, ob man nur die Sounds hat? Also tatsächlich zweimal. Das gibt ja gar keinen Sinn. Du musst mich höchstens im TS muten. Oha. Hab ich recht, Marine? Ja. Macht's so. Mhm. Klar hab ich recht. Und jetzt raus. Ausführung. Mhm. Klar hab ihr recht. Ja. 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 Der rechte ist Rondo. Was? Das ist das richtige Fettkrab hier. Oha. Mach's das schief. Dauen wir ihn auf. Aha. Welcher? Ja, Kryo kapsel. Was war der rechte jetzt? Der linke oder der rechte? Du warst der rechte. Pst. Zwei Stück. Das ist neu. Das wusste ich gar nicht. Dass dann zwei eingezeigt werden. Waren wir eingefrisht? Ja moin. Ja hey Simon. Ja hey. Ich muss mal kurz den Sound ein bisschen einstellen. Der ist irgendwie nicht so ganz so yellow vom Sack. Willst du lauter machen? Riech ja. Waren. Mach ich mal hier auf 70. Das mach ich hier auf 29, 29. Ey meine Mike-Konnie ist aber schon scheiße. So. Ich muss ja noch ein bisschen einstellen. Bein hast du was am Marsch hochgedannt. Ja natürlich. Äh Simon. Eigentlich hätten wir jetzt hier. Warte. Für dich. Wenn du Einzelplayer spielst. Musst du eigentlich hier zuerst kalibrieren. Deine Maus Sensibilität und so weiter. Dann musst du hier deine Schilder aufladen. Ja und dann musst du hier quasi. Hier hinten. Musst du quasi anhand des Lichts. Da blinkt dann das Licht hier auf. Diese kleinen Leuchten. Musst du quasi gucken was für dich besser ist. Ob Maus invertiert oder gerade. Und Geschwindigkeit. Also so wäre das dann nur dass du dann Bescheid weißt. Echt cool. Ich will mal kurz bis du wegkommst wieder gehen. Ja also hier rüber. Oha. Sichert die Sprengtür. Los. Los. Ah. Ah verkehrt. Irgendwie war. Wie war. Ah. F ist Taschenlampe. F bei mir nicht. F4 sorry. F4. Hast du einen guten PC? Ja ist also ein relativ guter. Denke ich mal. Also es reicht um zu streamen. F4 na. Doch einfach nur 4. Nur 4. Ja nur 4. Ja nur 4. Ja also. Er reicht um. Hallo. Ja einfach weiterlaufen. Folg mir. Kommst du? Guten Tag. Mitspiel mein Name. Was kann ich für sie tun? Wir sind auf der Brücke angekommen. Ja. Ging sie wahr? Dass du mich reinlegen kannst. So einfach. So nicht. Dautana hat alles gegeben. Wir hatten keine echte Chance. Ein lutzend überlegene Kamenschiffe gegen nur einen Halcyon-Kreuzer. Unter den Umständen reichen drei. Okay. Vier. Gut geschlafen? Gut danach. Übrigens das Schiff was wir gerettet haben. Darauf sind wir drauf. Und wir haben den Master Chief gerettet. Den wir jetzt spielen. Ja. So dass du auch Bescheid weißt von der Story. Der Master Chief ist der mächtigste Spartan von allen. Protokoll Protokoll Artikel 2. Wir verlassen die Orten. Das gilt auch für Sie, Kautana. Und Sie? Gehen Sie mit dem Schiff runter? Sozusagen. Das Objekt, das wir fanden. Ich versuche drauf zu landen. Mit Verlauptung. Ich würde die Zahlen irgendwas haben. Viele tote Helden. Ihre Sorge ist rührend, Kautana. Aber ich kann nicht anders. Das Protokoll ist klar. Aber Vernichtung oder Gefangennahme einer künstlichen Intelligenz ist inakzeptabel. Also verlassen Sie das Schiff. Erfassen Sie einige Notfall-LZs, laden Sie sie in mein Neuralnetz und machen Sie sich auf einen rauen Transfer gefasst. Puh. Eiei, Sir. Hier kommen Sie ins Spiel, Chief. Bringen Sie Kautana vom Schiff. Schützen Sie sie vom Feind. Wenn Sie sie kriegen, haben Sie alles. Einsatz der Streitkräfte, Waffen und Schiff. Belassen Sie sowas von? Ich möchte jetzt sehen, ob mein Dingsgilt, was ich vorhin nö gemacht habe. Bei Followers sollten jetzt angezeigt werden. So wie alles andere. Aber ich rate dazu, dass meine Routinen den Endanflug steuern. Gute Arbeit, Kautana. Danke. Sind Sie bereit? Ich hasse den Nightbot. Warum hat er das einfach? Nur zu. Ja, siehst du. Nicht umgestellt. Ja, also. Das mit den automatisch blockieren. Das ist nicht deaktiviert. Ja, müssen Leute anlernen zu schreiben. Leute nicht zu spammen. Ihre Architektur und die Dingsgilt nicht mehr. Wenn man alles groß schreibt, dann muss man damit rechnen. Der bandt alle gleich. Da denkt so, hier gucken Leute, das geht gar nicht. Verlassen Sie die Pille auf Orte. Das ist Schiff. Ja, wir müssen jetzt flüchten. Da lang. Wir flüchten nicht. Wir flüchten mit AI. Mehr Stehnis. Wir müssen zurück in Hangar. Leute, drück mal Tab. Drück mal Tab. Lol. Was ist zur Hölle? Das ist super Hack. Das ist ultra Hack. So die Overview. Quasi. Shit. Dir geht es nicht lang? Hallo? Was ist denn da? Irgendwo? Hangar. Die Grafik gerade eben, die war Legacy. Legacy. Warte mal, ich muss mal Grafik herausschrauben, die ist. Nicht so das gelbe Grad. 120. Halo Reach war ja der erste Teil, oder? Äh, Halo was? Also, der allererste ist der Teil, den wir gerade eben eigentlich spielen. Okay, die anderen waren viele ausgereifter. Warum ist bei deinem Namen ne 1? Achso. Bitch, soll ich dir was klippen? Wegen gestern, was? Was denn? Wo du nie gesagt hättest, dass du mit Raffi spielst. Ich klipp das hier schön im Schickste, ja? Mach das. Die soll aber weiß und ich gestern mit Trigger gehen, okay? Bitch, was am Marsch? Ja. Wollen wir mal gucken, wie war Plasma-Granaten wechseln? Oha. Weg damit. Für YouTube. Äh, Werbung fürs Abo machen. Äh, Alexander von Michel war ich. Der geilste Blut. Ja, ist auch so, oder? Hab ich gelogen. Ja. Oh mein Gott, Plasma-Granate. Warte mal, ob ich sie. Eio, was? Heide. Oh, ich bin fast tot. Wie kann ich... Ah, mit zwei kannst du wieder tauschen. Also, gar nicht auf eins. Also, die Granaten. Die kannst du oben sehen, sie. Ah. Weil, geh jetzt erstmal Pizza machen. Geil, welche Pizza machst du dir denn? Ja, also, Leute, wenn ihr Leute seid, lasst doch gerne einen Follower da. Würde mich kräftig freuen und unterstützen. Kann ich nicht empfehlen. Also, ich würde es lassen. Ich helfe dir gerade gut, oder? Guten, äh, inwiefern? Was meinst du jetzt? Ne, ich hab gerade gesagt, ich würde es lassen mit dem Follow. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin kontraproduktiv. Move dir mal jemand raus. Bande. Hä? Woh? Ah! Wir können nicht mehr direkt die Schilder runterpacken und dann einfach so einen fucking Punch ins Gesicht geben, damit die sterben. Aha. Die sind jetzt nicht mehr, äh, so leicht zu töten. Na gut, wir haben ja auch einen Schwierigkeitsgrad höher. Wir können aber viel mehr Granaten nehmen und das gefällt mir viel mehr. Dann macht es mehr Boom. So muss das einfach durch da. Das sieht aus wie deine Schwester. Der ist einfach zu dir gelaufen. Das toute ist einfach. Das hat sichreu Royal 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 waterproof. Not kalender. So ein bisschen CDs. 另外 ein paar Minuten. ширin entreprisesbecht. Das ich hoffe aber auch hier auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.